Ich rufe jetzt Sanja an. Sanja. Sandra, Sanja. Guten Tag, Sie sind schon unter Ihnen. Dann rufe ich jetzt Michelle an. Hallo. Hi. Hi, hier ist die Sanni. Oh, hi. Hallo. Hallo. Und wie geht's? Au. Oh, gut. So selbst? Ja, eigentlich auch so. Cool. Ja, du hast mir gerade deine Nummer geschickt. Ja. Ja. Jetzt rufe ich dann ein paar Leute an. Ach so, cool. Und was machst du gerade so? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Dankeschön und dann würde ich sagen... Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ach Gott, die Sanja, wo ich vorhin angerufen habe, oh Gott. Die war gerade nicht dran und es hat ziemlich gebettelt, dass sie sie nochmal anrufen. Also, ich hätte dich eh nochmal angerufen. Also, keine Angst. Hallo. Hallo. Hi, hier ist die Sanni. Hallo. Ich hätte dich eh nochmal angerufen. Ja, ich habe das gar nicht gesehen, mein Gott. Kein Problem. Oh, danke. Kann ja mal passieren. Ich schaue... Du, ich habe... Ich schaue auch nie auf mein Handy, also... Ich würde das wahrscheinlich auch nicht... Vielleicht habe ich mir noch einmal ein Schotter rufen und bekannte Namen war und ich dachte so scheiße, ich hätte es euch verpasst. Ja. Oh mein Gott. Oh, cool. Und, wie geht's dir so? Noch viel Spaß, ne, beim Gucken? Ja, dann könnt ihr auch noch ein Anrufen. Dankeschön. Und, willst du noch irgendwas sagen? Weil ich nehme ja gerade auf für morgen. Ja, ähm... 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 Alles toll. Dankeschön. Danke. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Kein Problem. Ja, dann würde ich dir noch sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und... Danke. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich rufe jetzt noch, ähm, Meru an oder so. Ich weiß nicht genau, wie man deinen Namen ausspricht. Du hast mir deine Nummer schon für längere mal geschickt. Mal gucken, wie du reagierst. Hallo? Hallo. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Sunny? Ja. Oh, cool. Hallo. Hallo. Und, wie geht's dir so? Gut. Und dir? Ja, mir auch. Ja, ich... Du hast mir deine Nummer schon öfters geschickt. Ich weiß. Ich bin nie dazu gekommen, irgendwie... ...dich anzurufen. Aber jetzt hat schon... ...so noch irgendwas sagen, so im Video. Ähm... Ähm, Meru gelockt. Ich hab dir den auch auf Insta-Message halt geschrieben. Ah, ja. Entschuldigung. Okay, dann tu ich meinen Link... Ich tu meinen Link in die Infobox. Okay, danke. Kein Problem. Ähm... Okay. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Okay, danke. Ja. Okay. Ciao. Tschüss. Dann rufe ich jetzt Amina an. Hallo. Hallo. Ich bin hier. Sisani. Oh nein. Oh nein. Wie geht's dir? Gut. Und ihr? Oh. Oh nein. Ich freue mich gerade so. Oh, danke schön. Das ist immer voll lieb, so. Wenn sich Leute freuen. Magst du noch irgendwas sagen, so im Video? Nein. Kein Problem. Ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Also, ja. Kann ja sein, dass du noch irgendwas sagen wolltest. Okay. Okay. Dann, ähm, noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, bis zum Morgen im Video. Und, ja. Tschüss. Okay. Tschüss. Ich rufe jetzt noch mal so einer an mit diesen... Sie sind verbunden mit... Oh. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir geschrieben auf Cake. Dann rufe ich jetzt noch jemanden an. Hallo. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Ja. Hallo. Ich sehe Sani. Hallo. 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 Und, wie geht's dir? Ja. Oh, und dir? Ja, auch. Oh, mein Gott. Gott. Ach, du. Lüste. Oh, mein Gott. Ja. Ja, du hast mir ja, ähm, deine Nummer geschickt. Ja, schon. Ja, deswegen habe ich gedacht, ruf ich mal an und so. Ja, willst du noch was sagen, so fürs Video? Nö, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe schöne Grüße an die ganzen Zuschauer, keine Ahnung. Okay. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend. Ja, bitte. Auch. Ja. Ich mag noch ein bisschen drehen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Okay, da haben wir wieder einen Extremfall und zwar ein anderes Land. So, Vorwahl. Schweiz. 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 Okay, das ist 4,1. So, dann machen wir jetzt hier. Plus 4,1. So, jetzt geht es mit deiner Nummer weiter. So, jetzt aber. Jetzt habe ich wirklich deine Nummer und zwar die von der Schweiz. Wenn ihr übrigens in den anderen Land wohnt, müsst ihr mir eure Vorwahl dazu geben, weil ich weiß oder zumindest sagen, dass ihr in den anderen Land wohnt, damit ich eure Vorwahl suchen kann. Also, ihr müsst sie nicht unbedingt wissen, aber wenn ihr zum Beispiel in Schweiz, Österreich, bla bla bla, irgendwas wohnt, müsst ihr mir das sagen. Also, das ist wieder diese mit den Friends, wo ich schon zweimal angerufen habe. Hallo. Hallo, ist die Sunny. Oh mein Gott. Hi, ich habe jetzt, ähm, nur mal kurz. Also, die verflogen auf Deutsch. Ja. Welche sonst? Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht fassen. Oh mein Gott. Ich habe mir, ähm, ich habe mir gerade aus dem Internet lange vorwahl. rausgesucht, weil du wohnst ja in der Schweiz und deswegen ging das nicht so und deswegen habe ich mir jetzt deine Vorwahl rausgesucht und sie hat an deine Nummer gehängt und jetzt rufe ich dich an. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie gar nicht fassen. Okay. Ähm. Oh mein Gott. Was machst du? Oh mein Gott. Na ja, dann, ähm, würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Das klingt leid. Dankeschön. Und. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich zittere total. Oh mein Gott, dankeschön. Ich muss dir echt mal Danke sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass halt Leute meine Videos schauen und, ja. Ich kann nicht jeden einzelnen Danke sagen, aber ich versuche halt immer so einzeln irgendwie Danke zu sagen, ist halt immer schwer, weil. Ich versuche halt alle mal zurückzuschreiben, mache ich eigentlich auch, also. Ja. Tschüss. Putz, ich putz, ich putz. Oh mein, ich kriege so viele Leute, so viele Nummern, Leute. Wie soll ich denn das alles machen? Ich habe keine Zeit mehr. Ja, es läuft Schuppelcamp. Was ist da los? Jetzt rufe ich Ann-Kathrin an. Hallo. 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 Hallo, ich sie Sanni. Hallo. Und, ja, du hast mir ja folgende deine Nummer geschickt. Ja. Ja, ich dachte, ich rufe mal an. Danke. Wie geht's dir so? Gut. Ja, das freut mich. Willst du noch irgendwas sagen, so, ins Video? Ja. Ich weiß aber nicht, was? Ja. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. 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 Okay, Kathi ist jetzt die letzte, die ich anrufe, dann schreibe ich ein, dass ich sie wann anders anrufe, also. Hallo? 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 Ist da die Kathi? Ja. Hallo? Hier ist die Sanni. Hallo? Hallo. Was machst du gerade so? Ähm, ich bin mit einer Freundin in ihr Zimmer. Also, die denkt sich jetzt bestimmt auch, hä? Ähm, ja. Was hast du noch so vor heute? Ja, willst du noch was sagen, weil ich filme mir gerade für mein morgiges Video? Ähm. Kein Problem. Okay, dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Ja. Okay, das war jetzt die letzte für heute. Tut mir sehr leid, aber, ähm, ja, es ist immer etwas kompliziert. Also, ich schreibe jetzt allen anderen, die ich nicht angerufen habe, zurück und die werde ich dann auf meinem Hauptkanal anrufen. Also, wenn ihr das noch sehen wollt und mir unter anderem noch eine Nummer geschickt hat, die ich jetzt nicht angerufen habe, dann bleibt da am besten noch dran, weil ich rufe euch wirklich an. Ich verspreche es euch bloß. Ich schaffe es jetzt leider nicht mehr. Ich mache das, ähm, ja, mache das bald. Also, ja, bleibt einfach dran und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und hoffe, es war nicht zu lange, aber es war einfach für euch. Und wenn es euch nicht interessiert hat, dann habt ihr es ja nicht angeschaut müssen, wenn ihr es doch angeschaut habt. Dankeschön, weil es echt lang war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Tschüss!